Und wenn ich Ihnen sage, dass er der blonde Teil ist des Erfolgstools Mixed Emotion, dann wissen zumindest unsere weiblichen Fernsehzuschauer schon, wen ich meine. Oliver Simon mit seinem neuesten Titel You Are My Girl! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oliver, du kannst ja fast nach jeder Sendung, ich beobachte das immer, wer von meinen Künstlern, wer überhaupt im Fernsehen Blumen bekommt, jetzt kannst du schon ein Rosengeschäft aufmachen. Das ist richtig, ich habe einen Special Deal mit Fleur Robb. Außer den Rosen, über die wir jetzt reden können, können wir auch darüber reden, dass Oliver Simon im Augenblick dabei ist, eine neue LP zu produzieren. Das ist richtig, das ist auch sehr wichtig, das mal zu sagen, dass ich eben auch selber mal Musik schreibe und mache und das finde ich toll, dass du mich darauf ansprichst. Oliver, es gibt ja auch noch so einen zweiten Teil von Oliver Simon, den verhindert sich das erwähnt hat, Mixed Emotion. Da klatschten doch einige Fans von dir, die den Oliver Simon gerne mit seinem Partner Dravi Deutscher zusammen sehen. Wie sieht es aus mit Mixed Emotion? Ja, wo ist Dravi? Dravi hat momentan andere Interessen. Ich habe irgendwas gehört mit Heino. Ja? Ja. Soll also wirklich wahr sein. Er bleibt also bei der blonden Welle. Wie meinst du das? Come on!